9100 euro also mal aktualisieren für euch damit du siehst dass hier alles echt ist sieht man das gut ja 412 euro an einem tag bis heute schon und ich gehe mal auf monat und dann siehst du dass ich im oktober mittlerweile schon 7700 euro verdient habe und im september 1400 euro 63.953 euro in den letzten vier monaten damit du siehst dass hier nichts bearbeitet ist aktualisiert die seite mal für dich und noch mal wenn du wissen willst mit welchem ungewöhnlichen system ich das geschafft habe dann klicke auf den link über dem video und ich erkläre dir wie